Und die startet. Ja, ist nicht schräg aus dem Wetter gekommen. Da sucht sich jetzt die Führung der Kampen Max Niedermeyer vor. Max Niedermeyer ist es. Und jetzt André Diebis auf Platz 2. Aber noch ist es Max Niedermeyer gewesen. Max Niedermeyer sieht noch auf den 2. Platz rückläuft. Nein, im Moment sieht es nicht so aus. Das ist Patrick Johansson. Er kann noch einmal drückholen, einmal durchbleiben. Besser auf den 4. Platz. Ein bisschen auf Kirchner. Was war der? In weiß. Könnt ihr doch vielleicht herankommen? 2. Platz. Er versucht es auf jeden Fall. Nicht mit der Brechsteller Kettenkopf. Vorragend mit der Platz. Also auch unter den Kampen gelandet. Der Kampen gelandet. Das war also André Diebis. Blau und gelandet. Das waren also andere Idee.